Extrem, wie er über dem Ski liegt, ganz gestreckte Position, extreme Vorlage. Ob das der zeitgemäße Stil ist, das ist die Frage. Andere wirken wesentlich runder, wie zum Beispiel Roa Jockelsoy. Er arbeitet dran, braucht auch lange, um sich einzupendeln, 126,5 Meter. Es fehlen sieben Meter auf Adamalisch und dreieinhalb auf Wietölze. Wir sind gespannt auf den Tournee-Zweiten.